hallo wie geht es denn so ihr wolltet schon immer mal mit mir schreiben oder mitbestimmen können welches wieder als nächstes auf diesen kanal kommt dann schaut doch mal auf meinen discord server vorbei da sind zwar noch nicht so viele mitglieder drauf aber es wird sich ändern deswegen schaut mal in die videobeschreibung vorbei da ist der einladungslink